weiter geht's ich habe mir jetzt überlegt gehabt nach karsberg zu dem kasper zu diesen soldaten das sollte irgendwie moment der hatte irgendwie waffen und so aber vorher will ich mal dahin ohne rast und ruhe neben mission die hätte ja das wäre jetzt okay daran habe ja schon markiert ja jetzt auch mal wieder schön nach vorne ja die stiefeln hier noch ganz herum dass man damit reinkommt so und hier ist jetzt irgendwie noch eine nebenmission ok vielleicht hat es damit was zu tun ich glaube da ist noch was aber da sind meine klatsch oder man auskommen ok also hier an der orte und potenzielle unterschlupfe stehen die er robust hat ok ach diese zoomen ich bin hier das ist neben der landebahn irgendwo und das ist hier irgendwo da muss ich mal kurz gucken neben der landebahn hier da wo ich bin von curry von severett nee das ist nicht da irgendwo ach hier hier ist es irgendwo ja gut ist es jetzt gibt sie hier nicht höre er wird jetzt hole jetzt mal erstmal das mit dem soldaten aller weil trotz ist es oder ein guter weg ich bin oh man 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 da brauche ich jetzt erstmal keine fax machen oder oder nachts das ist das ganze noch ein bisschen anstrengender ich muss da lang auf die straße ich habe immer echt einmal so ein bisschen angst dass sie irgendwo mal fest hängen weil dann wüsste ich jetzt echt nicht was ich machen soll der hängt doch fest wahrscheinlich schon naja genau zwecks medipig aktuell zwei stück und gegen die zecken dachte ich mir hier mal vielleicht mal vielleicht mal wieder die pappen auspacken so jetzt müsste er auf dem richtigen weg sein jawohl hat er jetzt irgendwas gecheckt wenn ich mir so komisch rumbrumme das ist ja immer wenn sie irgendetwas entdecken ne ok also die patronen die ich jetzt da drin klaten habe das sind glaube ich diese vogel schreck oder wie sie sind hat halt eine weide streuung aber schließt halt nicht auf entfernung für schnelle nahe ziele optimal für die zecken weil die nerven schon echt extrem ich weiß ja nicht was 15 gigabyte für update ist aber das hätten sie ja nicht mehr vertreten ich weiß ja nicht was 15 gigabyte für update ist aber das hätten sie ja nicht mehr vertreten irgendwie machen können und irgendwas stampft hier immer noch voll heftig umeinander ne ich habe jetzt echt keinen nervt dass ich mich mit so einem großen was war das ich bin schon voll ängstlich ne nimm uns so locker wie am anfang das spiel des vordergang weil ich will euch ja irgendwas zeigen und ich will ja auch selber irgendwas sehen weil da kommen wir bestimmt noch einiges ähm moment mal ok ah ok ja was ist das ja ok schau mal erstmal da was geht waffen eine mission noch eine mission ok jetzt pass auf da liegt jetzt bestimmt die möller drin und die nächste mission ja da und dahin da ist die nächste waffe und es wird dann wahrscheinlich dasselbe scharfsschutzgewehr sein was ich habe ich glaube das haben wir da die zeigen ok 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 so ordentlich shuttern hier ja naja ok zäh wechseln ja die waffe ok 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 Der kassiert. Der kriegt's ordentlich. Definitiv. Wow. Okay, einen Moment, einen Moment, einen Moment. Jetzt ist es mal nix mehr, oder? So, bin ich jetzt eigentlich in dem Haus jetzt schon? Ja, ne? Okay, also eine Waffe. Ich bin ja mal gespannt. Das ist Mission abgeschlossen. Das hier. Das ist sein Vorrat. Das ist ein Witz. Äh, Moment. Moment, Moment, Moment. Für den Fall der Fälle? Man weiß ja nicht, ne? Ja, hab jetzt nicht gesagt. Ja, ich schwör echt. Kann ja gleich behalten sein, rotz. Ach ja, noch was. Eine notwendige Maschine als Ziel ansehen, so modifiziert, dass sie an der ersten Oberfläche festklebt, auf der sie landet. Und was ganz was Neues. Das probieren wir mal. Was haben wir hier? Klauge. Hm. Eher gut. Zwei Sterne, ne? Also, die verbraucht hat neun Millimeter, vor der Habener zu füllen. So, okay. Ja, pumpen wir mal weiter weg. Hat sie ja echt gelohnt, daher. Wirklich. Wow. Okay. Jetzt kannst du ruhig nur, wenn wir dein beschissene Gas rumwerfen. Oh. Der wird zägelhaft, der komische Typ. Ja, ja, ja. Hier, hier, hier. Oh, Mann. Nein, nein, nein. Dieses verfluchte Ding. Genau noch die Viecher, die ich am meisten habe. Ja, schau, jetzt wirft doch schon wieder welche ab. Okay. Ich muss auf jeden Fall was tun, ne? Boah. Boah. Mann, Mann, Mann. Ja, fuck. Uh-huh. Uh-huh. Oh. Mann. Ja. So, wäre mein nächster Ding, ne? Wow, so heftig, ey. Ah. Jetzt wird's langsam echt eng. Jetzt weiß ich bald nicht mehr, wie ich da weiterkommen soll, ne? Hm, okay. Okay. Und da draußen ist ja auch ganz schön viel los, ne? Wie ich das höre. Na ja, gut. Aber, ich gebe der Darno. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 zur sicherheit ist ja schön dass jetzt noch mal eins liegt liegt jetzt eigentlich sonst nur irgendwas hoffentlich schleichen die sich jetzt oder was sagt reicht es ja sagt uns das lockt also das mit dem habe ich ja geschafft das war ja nix moment was drücke ich dann ohne rast und ruhe die kirche sagte röd glaube ich habe es doch gesagt mein gott was hier wie geräusche machen die karte zeigt ja aber welche mission welche kirche ach so ja muss ja hier wieder gucken ok ja das müsst ich musste jetzt echt noch mal genauer gucken weil ich kann es mir jetzt echt nicht erlauben dass er da viel rum und nicht genau weiß wohin das muss irgendwo hier sein ich gehe jetzt mal davon aus dass es hier irgendwo oder vielleicht sogar hier ich gucke noch mal es ist auf jeden fall hier hinten sehr verrückt und da das die einzigsten häuser sind oder vielleicht hier beziehungsweise wird erstmal nächster punkt und danach wahrscheinlich dann da hoch ich bin jetzt immer noch da oh gott habe mich schon wieder checkt das soll jetzt bloß weiter gehen oh mein gott ich komme hier nicht weg ne ich komme hier nicht weg ne ich komme hier nicht weg ich komme hier nicht weg neue mission na toll weil die ja nichts besseres zu tun haben ich komme hier nicht hin Oh man Ja dann gehe ich jetzt erstmal dahin Und dann versuche ich mal in der Richtung Vielleicht finde ich ja da noch irgendwie was Unterschlupf mäßiges Oder in der Richtung Zumindest ist es vielleicht ein wenig näher dran Auf jeden Fall hat er irgendwas von der Burg da drin Dann muss ich nochmal zu dem Haus Und dann nochmal hoch zur Burg Liebe Freunde Wenn wir das nächste Video anschauen Dann sehen wir quasi nochmal den Weg Wie ich da hin lobe Das ist so heftig Wie die abgehen Es wird schwieriger auf jeden Fall Ich hatte jetzt echt null Chancen Und keine Munition mehr Das kommt ja auch noch dazu Naja da ist ein Arbeiter Irgendwelche Viecher Hm okay Ich probiere ach was tue ich dann ich habe meine dicken finger und sonst er denn immer so viel munition sie echt schlecht aus ok und hier ist der gratsche der berner anhand mal schauen ob ich kaputt mache wenn er schon so brav da rumsteht und etwas was er machen soll außer zu sterben ok wir rumkrächt oh nein zu spät wow 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 tobt in der o kampf gewonnen ja von allem ist ja jetzt noch mehr ne also mehr vor denen ja die sicht im dunkeln ist schon cool ne oh 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 ist er war sofort weg Es wird keine Faxen. Was schiebt denn er da? Wow, wow, wow. Ja, Freunde, das wird was Längers, ne? Ich glaube, das verschieben wir mal aufs nächste Video. Haut rein.